Yo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force und wir zocken Flutgebiet in Vernichtung und mit mir heute auf Battlefield 4 Neonatore, Panos, und Alex, ich nerv dich mit einer Sniper. Ja, moin. Und Alex hat anscheinend keine gute Stimmung. Wer? Ich. Ich, Story. Achso, alter, der zockt gerade die Story. Komm, da raus und komm her. Wir brauchen dich. Ich bin schon am Ende des Services. Geh mal hoch und versuche euch von oben dann Feuerschutz ein bisschen zu geben, ja? Weil Leute hier wegzunatzen. Ich hab keinen Droh. Hast du Pech gehabt? Hast du dich verdient? Wo sieht's aus? Da, Fahrzeug. Oh, da ist ein Panzer. Was ist das? Panzer? Das war jetzt ein richtiger Fail. Gratuliere dir. Ja, wo ich gerade bin, ist ein richtiger Fail hier. Alter, jetzt muss ich wieder runterspringen hier. Das zweite Gebäude war ich gerade oben, ja? Also war gerade am zweiten Gebäude oben. Ohne dass ich... Ja, unterbrech mich halt hier. Ja, sorry. Boom, tot, ohne dass ich am richtigen Gebäude bin. Warte, Alter, bleib stehen, warte, ich repariere dich. Okay, er ist rausgesprungen. Er ist genau über mir. Komm, komm, komm. Überall, ne? Chill, 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 chill. Alter, wie lang das da war? Bei Belfi 3 war es nicht so lang. Komm, noch einmal, einmal nach. Ja, komm, Alter, komm, weil dich die Bombe wird gerade gesetzt und ne, und der Tor ist down dran. Ja, komm, Alter, mach. Ich bin down. War leider am Kreuzfeuer. Jawoll! Okay, der ist aber nur die Scheiße. Bombe ist wieder ein Feindbesitz. Wir sind schon unterwegs, wenn ich ja mal dieses scheiß Fahrzeug ohne Reifen ja mal bewegt krieg. Ich war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Weil die haben die Bombe scharf gemacht. Das ist auf jeden Fall, ne? Okay, die Bombe war schon gelegt. Ich fand nicht die Alte viel, viel besser. Alter, ich noob krab ab. Ich noob krab ab. Wir versuchen den Sprung mal. Alter, der kommt nicht vom Fleck. Okay, die Bombe wurde ja anscheinend gelegt und gemacht hier. Neo, versuch mal die Bombe zu holen. Wir natzen hier schon mal alles hier vorne weg. Und Panos, tu mal bitte spotten. Was durch? Botten, wie geht das Botten, wenn du welche siehst? Ja, Delta, ich komm gleich. Ja, es ist bei mir. Ja, ja. Alter. Delta, ich nur ab. Steht jetzt schon 0,3. Gut, dass du nicht aufnimmst, oder? Ja, wie man es nimmt. Ist das ein Gegnerfahrzeug? Glaub schon. Ich glaub, wir baserapen ein bisschen. Ah, höher ziehen, höher ziehen. Du hast grad den ganzen Hohen nicht verschossen. Alter. Doch, höher. Alter, leg dich am Arsch. Der Fahrzeug ist gleich kaputt. Du musst bei der Scheibe ungefähr da ziehen. Alter, da kommt ja noch mehr. Besser. Geht doch. Leute, da feiern wir schon wieder die Bombe. Zur Info. Habst du die Bombe da zu holen? Steck mal aus, Panos, und nimm dir so ein Fahrzeug. Schneller. Warum? Wie, warum? Dann haben die ein Fahrzeug weniger. Boah, er hat so gerne sexy getan, und guck mal. So. Was ist das, Pink? Ich hab die Bombe. Tee zu dir. So, jetzt musst du dich hier verteidigen, Alter. Machen die Arschhafen, oder was machen die Schafe? Ich hab die Bombe. Wir haben das eine Auto gezogen. Du hast die Bombe. Ich hab die Bombe. Okay, perfekt. Kannst du zu A? Nein, bleib hier, bleib hier. Ja, ich flieg zu A. Oder machen wir eher das hintere erstes. Warte, der Belohn fliegt mich gerade. Ja. Alter Vater. Warte, noch nicht runterkommen. Panos, lauf schon mal zu C. C? Ich blente. Morgen ist geblendet. Ich sag C, lauf schon C. Warte jetzt nur noch. Warte jetzt nur noch, dass ich da hochkomme. Ich bin gleich da. Ich soll lauf. Okay, da wollte gerade einer hoch. Ja. What the fuck, what? Ich hab mich jetzt geopfert für die Verteidigung. Perfekt. Heal ist hochgegangen. Ich hab gerade eine neue Waffe ausprobiert hier. Nimm mich mit, Delta. Nimm mich mit. Alter, jetzt komm, beeil dich. Da ist ein Heli und... ...haltet euch bereit. Irgendwo ist ein Fahrzeug. Alter, jetzt komm. Okay, ich bin relativ zentral auf der Map. Und ich schau, dass ich so schnell wie möglich zur Bombe erkomme. Ich hab doch hier einen gesehen. What the fuck, ich wusste doch, dass ich eins gesehen hatte. Ich weiß, wo der ist. Guck, hab ich spottet. Oh, hat er ruhig. Okay, er wird gerade gefickt vom Heli. Das erledigen die. Er wollte das Heli springen. Er trifft nicht gedrückt. Ist er tot? Okay, wir gehen zu unseren Einsatzzielen verteidigen. Okay, da ist ein Tank oder was das auch sein soll. Alter, was für ein Fail-Verbindung, Alter. Was für ein Fail-Verbindung. Verbindung down oder wie? Ich bitte sag nicht, dass deine Verbindung down ist. Nein, nicht down, aber... ...Ziel leckt total rum. Alter. Sie wollen B scharf machen. Sie wollen B scharf machen. Drehen, drehen. Warte, ich spiele es dann. Und mit drauf. Okay. Alter, ich könnte sowas von kotzen schon wieder. Wenn du fertig mit lagern bist, sagst du Bescheid, Alter. Alter. Du... Achtung, Stemp mir. Wat? Ja, also dieses Video ist schon wieder scheiße. Ja, wir können nicht nur gute, Roland. Geht doch, oder? Im Video siehst du etwa zwei Minuten rumgelegge und ich kann nichts machen. Ja, das ist natürlich nicht gut. Und wo zum Teufel bleibt Neo-Radar? Ja, ich schon noch gerade, Mensch. Nur das dauert mal wieder so richtig lange. Gott, eben doch. Wäre cool. Neo. Der ist in einer Mauer. Hätte schon mal richtig krass. Ah. Ah, jetzt rennt er vor. Ja, wo kann ich joinen, Leute? Okay, bei Neo. Die Bombe ist ja anscheinend dort. Na klar. Alter. Das darf nicht wahr sein. Alter, wie viel er da kommt, das war einmal, ne? Wie es gerade aussieht, haben wir null Chance. Doch, haben wir die Chance. Denn ich hol mir jetzt die Bombe. Nein, ich bin runtergefallen. Ich wäre jetzt ganz knapp bei der Bombe gewesen. Was ist das für eine Scheiße? Brichst du dir in die Sicht? Das Genick, Alter. Nein, wie sieht hier vom M249 das Bug gerade so rum? Ich kann gar nicht zielen. Richtig harter Texturbug. Nein, jetzt geht's. Komm, jetzt runter, Alter. Bei mir brennt gerade die Decke. Das darf... Leck mich am Arsch, du Hurensohn. Alter. Da sind so viele Leute hier. Ja, ich schieß den ab, aber es leckt rum. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Ja, ey, Leute. Wo ist unser Team freiwillig? Unser Team? Alter, müssen wir mich verarschen, unser Team. Haben wir überhaupt eins? Da, natürlich. Ich bin ein Fahrzeug und Noob rum und bin eine Hure, weil ich Low Leads 175 heiße. Und wie viel habe ich schon? Da, 2,5. Wegen diese Scheiß-Verbindung. Nein, Alter. Oh, du scheiß. Panzer. Du wix. Nein. So. Alter. Ich bin von der Luft runtergeschossen. Ja, ich wollte gerade mal runterspringen und in der Luft bespricht der. Ja, die Runde ist ja richtig derb gerade. Alter, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein, deine Mutter, Alter. Mit einer Pumpe. Aus dieser Distanz. Ich könnte schon wieder sowas von kotzen. So, voll Sturmgewehre in der Spiel 3. Nein. Alter. Bin tot. Ja, Neo-Radar ist zwar jetzt hier, aber das wird uns nicht sehr viel bringen, weil unser Team einfach nur nicht idiotensicher ist. Alter, ich habe 1 auf 4, will es mich verarschen. Bei BFV3 hatte ich noch deutlich bessere KD. Ich nicht. Ja, du bist ja hier nur Sniper, Junge. Nach wie vor. Boah, von hinten kommt man. Alter, ich bin gerade schlecht. 9.13. Genau östlich deine aktuellen Positionen gesichtet. Bombe ist in unserem Besitz. So. Gut, dann hoch. Scheint ja wieder zu rennen hier. Und warum kann ich nicht mit meinem Fahrzeug einscheigen? Wir müssen sie uns holen. Alter, jetzt steig ein. Alter, wie kann ich denn mit 2% Gesundheit kriegen? Der Bombenträger hat nur mehr 2%. Ich versuch's. Den kriegt ihr. Den kriegt ihr. Er ist gerade alleine, ja? Alter, Delta, Delta. Chill, 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 chill. Sei falsch. Ich werde einfach weiter. Alter. Durch, da. Weg. Loll. Hab ihn. Nein. Perfekt. Ja, wir haben die Bombe. Ich hole mir den Fahrzeug, der hinter ihr steht. Wer hat die Bombe? Weiß ich nicht. Also, da ist es nicht aufgekloppt, dass ich die Bock da hab. Ah, der aus unserem Squad, aber er ist auch fast tot. Warte, ich steck ihn mal ein bisschen. Falls er stirbt. Von hinten, der Schwuchtel. Guck dir, guck dir an. Boah, was seid ihr für eklige Wichser, Alter. Von hinten, nur. Du musst dir mehr aufpassen. Die Bombe wurde wieder fein gelassen. Ach, Heli. Wer ist dieser Idiot vor mir? Delta, du musst dich abholen. Delta. Was? Ich wusste mich nicht ab. Was? Ich hab die Bombe. Ja, Alter, wenn du dir das Let's Play einschaust, ich bin hier umzingelt von Gegnern. Ja, ich hab's gesagt, du hast ein Fahrzeug, ich hab gesagt, du mich auch... Ja, und ich hab's umzingelt von Gegnern. Ich hab auch noch mit APG draufgeschossen. Hat er dich? Noch nicht. Aber gleich. Ja, ich hab noch mit APG draufgeschossen. Warte. Alter, das läuft grad so der... Ja, also ich war umzingelt von Gegnern. Ich wusste nicht, woher ich schießen sollte. Aber 7,8. Haben ein paar gekriegt. Ja, aber mir geht's eigentlich relativ. Aber ich glaubte mal hinterher. Wir können es sogar schaffen, Leute. Für Entschärfen. Kommt direkt, Entschärfen. Das ist ein Gegner. Ja, Neo, du Entschärf... Alter, hinter uns, Heli. Na klar. Morbide wurde zu stört. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Das war so eine hässliche Runde, Leute. Das sag ich euch. Ja. Auf jeden Fall hier. Aber, was soll's. Solche Runden müssen auch anscheinend sein, meinen die Leute hier in meinem Squad. Von daher verabschiede ich mich grantig von euch. Und ich hoffe, er war nicht ein Gegnerteam. Na gut. Sure, Leute. Wollt ihr auch mal begrüßend? Guck, wir waren volles Team. Wollt ihr auch mal grüßend? Haben wir schon. Tschüss, Leute. Ja, hab mich nicht gehört, Alter. Und bis nächstes Mal. Ja. Ja.